Was geht YouTubeBeat? Erstmal wieder zurück zu einem weiteren Video. Das ist einfach nur ein Ankündigungsvideo. Und zwar kommen wir erstmal zum Gameplay. Das ist ein MB3-Mob auf Arcaden. Soviel ich noch weiß, das ist ein früheres Gameplay. Ich habe so lange kein MB3-Mob gespielt. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass es ein Ankündigungsvideo ist. Erstmal fettes Dankeschön an über 900 Abonnenten. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich das erste Mal in meinem Leben jetzt ein Gewinnspiel... Nein, Spaß. Dass ich mal wieder ein Gewinnspiel verlose. Und zwar verlose mein Welte-die-Welt-Account. Ihr wisst noch, was drauf ist. Meine ganzen Noctonus, meine ganzen Totengräber, alles. Dann eine 50 Euro PS1 oder Xbox-Karte. Und der dritte Platz bekommt irgendwas Kleines. Wir werden uns schon irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, werden wir uns schon einigen können. Schätze ich mal... Ähm... Und dann wollte ich nur noch sagen, dass ich heute... Ich versuch so gut wie möglich hinzubekommen, dass ich ein fettes BO4... Stream machen kann. Fettes BO4 Stream. Alles klar, das ist... Deutsch. Versuch einen fetten BO4 Stream zu machen im Solo. Und... ähm... Ja... Und... Nun wollte ich nochmal fragen... Wollt ihr, dass ich weiter so normale Videos mache? Oder... Livestreams mache? Also es liegt jetzt an euch. Schreibt es in die Kommi. Und was ihr für das Gewinnspiel machen müsst, ist... Liken. Abonnent sein. Ich sehe, ob ihr Abonnent seid oder nicht. Und einfach irgendwas random in die Kommentare schreiben. Ist egal was. Und... Das sind die Bedingungen. Das Gewinnspiel geht jetzt drei Wochen. Ja... Ich finde, das ist eine angemessene Zeit. Und... Ja... Wenn ihr wollt, dass ich weiter so normale Videos mache... Dann... Schreibt es einfach in die Kommentare. Gameplay wird dann auch... Schalt... Zu Ende sein. Und dann würde ich mal sagen... Tschö mit der Hö. Der Boss. Ok. Der Boss. Neues. Der Boss. Der Boss. Wie kommen. Ich habe mit dem Wagen. Deine. Demi. Desi. Und der aus dem Wagen. Denat. Enfragen. Demi. Die Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020